Seit dem Sommer des vergangenen Jahres sitzt der Amerikaner Edward Snowden in Russland im Exil. Wo genau, weiß niemand. Doch jetzt gab es eine handfeste Überraschung. In einem Moskauer Hotel stellt sich Edward Snowden dem Journalisten Hubert Seipel vom Norddeutschen Rundfunk für ein Interview zur Verfügung. Sechs Stunden lang beantwortet er Fragen, auch die zur Sicherheit seiner Person. Diese Leute, und das sind Regierungsbeamte, haben gesagt, sie würden mir nur zu gern eine Kugel in den Kopf jagen. Oder mich vergiften, wenn ich aus dem Supermarkt zurückkomme und zusehen, wie ich dann unter der Dusche sterbe. Weiter erklärt es Snowden, für nationale Interessen der USA forsche die NSA auch deutsche Konzerne aus. Konkret nennt er die Firma Siemens. Geheimdienstexperten im Bundestag fordern jetzt mehr Druck auf Washington. Wirtschaftsspionage ist nichts anderes wie der Diebstahl von geistigem Eigentum und hat mit Terrorabwehr überhaupt nichts zu tun. Und wir müssen bei Herrn Obama jetzt beim Wort nehmen und ihn immer wieder daran erinnern, dass er in seinem Interview gesagt hat, wir betreiben keine Wirtschaftsspionage. Deutsche Firmen investieren Milliarden in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte. Snowdens Enthüllungen sorgen für Empörung. Denn die Europäer verhandeln mit den Amerikanern über eine engere Zusammenarbeit im Handel. Wenn es sich bewahrheitet, dass die US-Amerikaner wirklich tiefgreifende Wirtschaftsspionage betreiben würden, dann wäre das ein richtiger Tiefschlag in unsere Beziehung, gerade mit Blick auf, dass für beide Seiten die europäische und US-amerikanische so wichtige Freihandelsabkommen. Damit dürfte auch der Druck auf die politischen Entscheidungsträger in Deutschland wachsen. Der Amerikaner im fernen Moskau wird wohl auch in der Zukunft noch für manche Überraschung gut sein.